Gibt dich der Draht aus der Mütze und mein Bruch dröhnt aus So'n Krach hält doch kein Mensch im Kopf mehr aus Oh, da hat einer keinen Bock, ja Wenn ich will, ne Warum tust du den denn nur kicken, alter? Ich will doch direkt bannen, Jett Mach mal jemand ein Video ruf Was geht ab? Was war jetzt mit Alls da los? Hat der Sorgen oder was? Ja, Massagleiche, äh, nachher Und das muss ins Forum, Alter, wie viele da sind, Alter Ich glaub Fusselpona möchte nicht mehr Das ist Bruno mit dem Bagger und der Bagger und Don Und Bruno meint ein Disco an Das war zum ATM erstmal Irgendwie Bleib da stehen, bleib mal stehen Rückwärts fahren, rückwärts fahren Rückwärts fahren, an ATM ran Und die Leute nicht Ja, einfach an So, ATM so, so Und ein ATM ran So, so, so Das ist Das ist Bruno mit dem Bagger und der Bagger Das ist Bruno mit dem Bagger und der Bagger Das hab ich jetzt so gemacht, aus einem einfachen Grund Damit halt die neuen Leute, die Echsen verteilen nicht immer schnell hinterher kommen, weißt Ja Äh, ich denke mal nicht zu viel Oh oh, oh oh, oh oh, Binigand oder was ist da los? Er baggert den weiß Und er baggert den tief Ja, wo Bodo baggert, da geht nie was Hau dir mal Bösen rein, ne? Jooh, äh T-Bahn 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 Noch jemand? Ne, ne. Gut. Also mich sollten sie schon reinlassen, ne. Soll ich, ähm, Dimitri ejecten? Gut, wenn jemand ejectt, ne. Ah, ne. Die Flasschen-Scheiß-Hitze. Versuch, Stefan. Kannst du rein? Ach, falsch. Ey, da will ich nicht drauf. Die sollen mal weggehen. Hast du, schaffst du, ja, Mann. Bist du. Ja, Markus Werbelein, der hat's. Hey, was? Hä? Ich hab'n To- Ja, ich hab'n Wanted. Klar! Ja, dankeschön. Warte. Du musst das. Soll grad weiterfahren. Ich würde einfach weiterfahren. So, jetzt fahr mal langer, fahr mal wieder zum BSN. Ja. Ja. Gar nicht, ey. Wir haben keine Ruhe mehr. Wir haben keine Ruhe mehr. Hat das nur bei mir so? Was? Hat das gerade nur bei mir so gerauscht? Ja. Ich fahr nochmal schneller. Jetzt hör zu. Hört ihr das? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ich glaub... Ich vermute mal, das nimmt er als Fallschirmspringen an oder so ähnlich. Oh, du einer. Ja, ich hab'n To- Ja, das ist gut. Der GR-Best zur... War doch klar, jetzt schleimen die alle wieder. Ja. Der erste Mal so, äh, scheiß Grill, macht nur schneller und jetzt... Oh, ich geh'n ruhig! Bestes KSF, also gutes GRP, nächstes KSF. Hahahaha Äh, 90 Leute fast online rekorden und wegen so'n Payday-Spack. Joa, na schön. Ja, kein Durchbomb. Slalom! Boah! Brennendes Auto! Oh oh, das gibt ne harte Explosion, wenn der jetzt hinter uns explodiert. Oh 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 oh. Okay, Glück gehabt. Komm mir nicht durch. Boah was. Boah was. Ordnungsangst. Toll. Boah was machen wir so spammen nochmal ein paar mal. Egal, nichts mehr. Schluss jetzt. Okay.